So, heute geht es nochmal mit dem Racer ein bisschen rund und dann schauen wir mal, was wir doch so haben. Wir haben noch ein Hot 4 Seed. Da geht es wieder gegen uns, wir haben noch ein paar Dinger drin. Das sind ja natürlich die Kopfs, die brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Ja, schauen wir mal, müssen wir es fahren. Nee, hier haben wir noch ein Rim. Coast to Coast heißt das Ding. Wir haben eine Corvette, wir haben eine A, wir haben den DB ist Martin, okay, dann gehen wir den Dinger ab. So, also 19,8 Kilometer Coast to Coast heißt die Strecke. Und sie heißt die Strecke, dann muss man gerade noch mal drücken, wahrscheinlich ja drückter werden. Aber wir haben es ja schon mal geschafft, so eine Grenze gewinnen, aber naja, mal gucken. Nice. Die können gerade Abkürzung sein dürfen. Wahrscheinlich schon. Nein! Die kann ich nicht. Ja, scheiße, die hätte ich gehabt, die hätte ich gut fahren können, die auch gut sind. Da ist er sich wieder mega fachlich verloren. Ich war nicht gut dabei, wieder im Start her gut dabei. Na ja, mal gucken. Das ist ja noch ein bisschen. Da haben wir einfach mal so quergeschossen kommt. Das Problem ist einfach, dass ich dann immer wieder zu weit raus kann, weil wir jetzt noch ein bisschen fahren können. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Power-Arg. Deswegen können wir es jetzt wieder am Biss. Das Problem ist einfach, dass ich dann immer wieder zu weit raus kann, weil wir jetzt noch ein bisschen fahren können. So wie wenn ich ein Rennen kaputt fahre, wenn man wieder ausgerutscht kann, wenn man wieder ausgerutscht kann. Ja, der hat sich gesehen. Da vorne ist ja zwei platziert, aber davor ist noch einer. Den wollen wir noch nicht platzieren. So, dann nehmen wir den Chef mit dem Strom hier um und gehen wir an den Porsche hier vorbei. Das war mir fast klar. Du willst in eine Abkürzung rein und das passiert nicht. Das stellt sich so quer. Das war ein einmal erster. Einmal wirklich vorne dabei. Oh Gott, alles gut. Das war jetzt gut, dass die ein bisschen weg sind. Das war jetzt noch besser. Hier kommt ein bisschen das Nikro auf. Und da laden wir das Nikro aus. Sind das 6,3 KM h ich hoffe dass wir jetzt hier ein bisschen absetzen können und drittverziert das ist immer dazu die lambo dabei aber momentan sind wir bis zu haben wir im lust ich habe die drohe ich habe noch zwei autos also noch 3,4 kilometer jetzt auf das fände jetzt auf das fände gern um komplett hier geradeaus gehen ich lasse mal ein bisschen die drohe übrig für den fall das ist irgendwie so dramatisch passiert weil die zwei dahin sind doch schon wieder angeschossen noch ein kilometer bis zum ziel ich lasse es mir gerade noch ein bisschen schön dann die kurve rum und dann haben wir es dann sind wir eigentlich sowas von souverän durchgekommen also da gab es nicht viele probleme außer jetzt die eine abkürzung die ich da nicht getroffen habe am anfang die mir hätte das vielleicht ein bisschen erleichtern können aber egal scheiß drauf wir haben es geschafft wir sind erster geworden wir müssen in zwei rennen zwei schwierige rennen tatsächlich als erstes geändert so dann haben wir noch ein rennen gleich so neues auto noch so 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 ok 11 km also 11 km dann fahren wir halt hier das duell noch an 23 33 97 317 313 Ich nehme den Dings hier, den Galliado. Ne, kann ich nicht. Scheiße. Ich kann die Autos nicht nehmen. Ah, ich dachte mir, okay, kannst du wahrscheinlich schon. Aber du kannst halt nur das eine Auto nehmen. So, dann nehmen wir das mal. Dann fahren wir das Duell hier mit den 11 Kilometern und dann sind wir durchfreut mit dem Need for Speed Content oder allgemein mit meinem Content. Wir haben keine einzigen Waffen. Es geht nur rein um die Power. Das letzte Duell haben wir klar verloren. Muss ich sagen. Auch völlig verdient verloren. Aber hier will ich mir das Ding gerne irgendwie zurückholen. So, wir müssen weiter werden. Wir haben jetzt von sieben Rennen und haben fünf auf Gold, zwei auf Silber. Zwei Messe mehr, wo die Leute entkommen. Paulus, gucken wir mal. Dabei. Und Schluss. Aber ich sollte nämlich so so klein, so voll laut sein, weil es kann alles, was die letzten Menschen da dran haben. Halbwiss ein bisschen. Ich habe das auch nochmal verspaut. Und wie also hat die Strecke. Und wie 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 hat die Strecke. Das ist ja auch so ein Ding. Aber ich glaube, das ist eh nur diese Schick-Autowahn hier. Das ist eine verleichtere Rennen. Und dann hat sich nichts verändert. Und dann hat sich nichts verändert. Das ist ein Ding, was ich meine. Das sind drei Spuren. Und was passiert? Ich crash in die Karre rein. Ja, fuck you. Ja, versauce. Versauce. Ja, ich dachte, ich bin mir ein kurzes Auto da. Das war's. Der ist weg. Der ist jetzt nicht noch um die normalischen Fehler anbauen. Der war weg. Und dann hätte ich für mich jetzt verdient gehabt. 6,6 Sekunden. Wie soll ich da wieder ankommen? Wie soll ich da wieder ankommen? Na gut, der lässt sich jetzt wieder ein bisschen reinkommen, das Rennen. Ich hab's gesehen. Also der hat den LKW mitgenommen. Und das war unser Glück tatsächlich. Und wenn wir das Ding nennen, ist es verdient, weil wir eigentlich im Rüsselstück nicht vorne waren. Da waren wir nur drei Kilometer weiter vorne. Und das war ich so ein Rennen. So was von verdient. Gewonnen, das Ding. Ja, wie gesagt, der hat den LKW wieder unten mitgenommen. Und damit war das Thema gegessen. Super. Gut, dann da war's, liebe Leute. Dann sind wir durch für heute mit das insgesamt. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr. Dann geht's weiter mit den Cops.